Jeder Mensch, die in der Welt einen Platz hat, das hat mich an ein Wort erinnert, das in der Rosenblättern über dem Ballhaus Glacierin steht. Das steht in Erfahrung wahrscheinlich aus der Künstler-Kerstatt, Österreich, in der Politik, steht Gerechtigkeit schafft Frieden. Und wenn Sie ja auch schon schauen, dass es nachher vielfach eine bessere Welt durch das Engagement der Diakonie, der Eximmelte, in welcher Gerechtigkeit zu stellen, dann ist das genau der Weg, der Gerechtigkeit schafft Frieden, die für Menschen einen Platz sind, ist die aufgewöhnliche Gerechtigkeit, dadurch entsteht Frieden und eine bessere Gerechtigkeit. Ich glaube, dieser KF hat sich aber gebetet und wünsche mir, dass Sie diese Ziele und uns jetzt gerne alles gut sind. Applaus Applaus Applaus